Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.650 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020